Unsere Familienministerin Schröder zopft sich mit unserer Alice Schwarzer unter anderem über die Frage, ob Sex immer Unterwerfung ist. Ich muss sagen, ja. Aber ich bin bemüht, es den Partner nicht immer spüren zu lassen, denn wenn einer sich gern unterwirft, ist das auch wieder nicht so interessant. Alice Schwarzer könnte eigentlich stolz auf Christina Schröder sein, weil sie endlich ohne Alice Schwarzer auskommt. Dafür hat sie doch gekämpft, oder? Auf jeden Fall finde ich es mutig, von Alice Schwarzer sich mit Christina Schröder anzulegen. Das ist ein Generationskonflikt. Schröder ist jung und gut aussehend und klug. Da sind doch alle auf der Seite von Alice Schwarzer. So viel Zustimmung ist gefährlich. Morgen geht's weiter.